Ja im 3 kommen wir uns wirklich gesetzt, ich wohne ich kenn das doch. Ich hab keine Angst heute. Alter Falter! Da, noch einer! Hinter dir! So! Raging, du hattest... du hattest Zigaretten, ne? Ja Jungs, es geht eben mit zu Ende. Wisst ihr was? Wir sind ja schon krank. Ja, dann. Wir werden das ganze Leben nicht weiter in die Länge. Ihr schlagt mich nicht tot. Was doch? Ich will kommen! Ich könnte die Zigaretten gebrauchen. Ich bin komplett in Strong Panic. Hast du denn dein Feuerzeug dabei? Komm mit ins Haus hier. Brauchst du Feuerzeug? Ich will hier was anderes machen. So, ich packe hier die Tasche hin, bitte einer mitnehmen. Ja, tja. So, Drop. Achso. So. So, ja. 1, 2, 1, 2. So, ihr wollt mitgenommen? Ich bin jetzt overweighted, by the way. Ihr wollt in den Süden weiter, ne? Das heißt keinen Schritt mehr. Ja, ich will oben gucken, ob das Haus da oben noch clear ist. Aber im Moment höre ich hier an der Tür was. Sonst ziehe ich hier alle mal weiter in den Westen, oder? Kann ich weiter in den Süden ziehen? Wo soll ich da hinziehen? Na, weiter nach Westen hoch. Okay. Weil wir sind ja in der Nähe vom, vom, vom... Ja, ich mach mich mal den Weg frei. Hier, komm. Cool. Hier, hier bin ich. Hallo, hallo, komm. Ja. Just to be the way, ja. Ich kann nicht mehr rennen momentan. Ja, dann komm hier ins Haus. Ich zieh sie alle weg. Ich zieh sie alle weg. Sind nur 2 bis 50. Alter, das sind ganz schön viele. Ja, ja. Ich zieh sie gerade alle weg. Miez, 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 miez. Ein paar kommen vielleicht zu hoch. Oh ja. Zwei. Miez, 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 miez. Ja, ja, klar. Okay. Die stehen wieder auf, oder? Nein, die stehen noch nicht auf. Gut, dann gehen wir rein, oder? Ja, die folgen mir leider nicht ganz so lange, wie ich mir das vorgestellt habe. So, erstmal bitte sichern. Ja. Ich mach erstmal die Tür unter uns zu. Komm, Zombies, alle hier. Hier ist das Stück Fleisch. Hier, komm. Miez, 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 miez. Ja, ihr wollt alle ein saftiges Stück Fleisch haben hier. Ja? Komm. Krieg lebendig flitzig durch die Zombies. Okay. Okay, gut. Wow, wow, wow. Steht noch. Wo bist du so? Lass mal rauskommen, lass mal rauskommen. Ich fühle hier jetzt gerade alles passieren, Jungs, ne? Was denn? Wenn ihr euch ein bisschen beeilen könntet. Was sollen wir denn machen? Du wolltest da da hinten laufen. Ja, ja. Ich will ja auch nicht, ich will ja auf euch den Weg freimachen. Deswegen, äh, ich ziehe jetzt gerade hier so viel wie es geht. Äh, ich kann sowieso, äh. Äh, Timane, wie viel, äh, wie viel Stauraum hast du noch? 5, 15, 8, 2. Äh, ich bin über, ich bin absolut überdingst. Obwohl, es sei denn, ich mach den Goldschläger one-handed. Ach, Zombies verarschen. Ja, dann mach ich den. Oh ne, ich bin immer noch over-weighted. Daher... Ja, ich bin immer noch over-weighted. Äh, wo seid ihr denn jetzt hin? Ich bin hier immer noch. Mach mal Händel, dass du stirbst und kommst zu diesem Haus hier. Ja. Ja, ich traine die doch gerade alle weg. Ich habe hier ungefähr 20, 30 Zoms und... Oh, ach du Schande. Noch mehr? Nein. Nein. Warum, warum glaube ich diese Aussage nicht? Ach du krank. 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 Für diese... Also... Wenn ihr sehen könnt, was ich gerade sehe. Ähm... Ja. Ja komm schon. Ja. Hallo, hier bin ich. Hier. Komm. Hallo. Ja. Komm. Ja. Ich bin auch noch nicht einfach. So, was jetzt? Also ich bin immer noch überall überladen. Definitiv. Okay. Warte mal kurz. Okay. Ja, aber ich bin immer noch überladen. Ja. Wollen wir gucken, was wir hier wegschmeißen können. Ist eine Garbage Bag drin. Ein... Ein so'n Sheet braucht man nicht mehr... Drop... Ich bin immer noch... Oh wait. Aber ich bin jetzt... Da lacht er sich nass hier irgendwie. Ich will gar nicht wissen, was da hinten los ist. Oh, hängt der Server? Nö. Ist er weg? Ja. Und dann hüpfe ich auch noch über den Zaun rüber. Hier komm. Da sind auch noch ein paar mehr. Hier bin ich, Jungs. Erzähl. Wohin? Was? Wie? Wollen wir hier bleiben? Mal alles verstauen? Okay. Ja. Ich kann hier wieder nochmal laufen. Dann pack hier alles in die Schränke. Dann merken wir uns das hier. Ähm... Ne, das ist jetzt... Lass halt mal weiterlaufen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja. Hilde muss aber... Oder Raging Google muss ja dementsprechend auch noch seine Sachen holen, ja. Die hab ich ja alle. Ja. Ja, Fabian. Äh... Ich... Ich hab jetzt alles... Ich hab jetzt alles ein bisschen sortiert. Äh... Und jetzt kann ich wieder laufen. Ich kann jetzt aber erstmal wahrscheinlich... Muss gucken, ob ich... Wenn ich's in eine andere Tasche packe, kann ich wahrscheinlich noch nochmal weiterlaufen. Aber mein Golfschläger ist jetzt nur einhändig, jedenfalls. Also, raus hier. Okay. Tür auf. Na? Alarm? Nein! Echt jetzt wo? Ja, ich weiß nicht. Ich würd sagen, wir gehen eher durch den hinten Dings wieder raus, oder? Nur für den Fall der Fälle. Okay. Oben ist ein Zombie, gerade ist ein Zombie, unten ist ein Zombie. Unten sind drei Zombies, vier Zombies, fünf, sechs, acht, zwölf... 18, 24, lass mal umkreisen, oder? Ja, ja. Wo seid ihr denn gerade? Wir sind gerade aus dem Haus raus, wo wir waren. Da, ja, gleich im Haus noch. Wo bist du jetzt hingelaufen? Sag bloß, du lebst immer noch. Ich bündel die gerade alle richtig, also... Äh, hoch? Scheiße. Kirche? Bist du an der Kirche lang? In der Nähe der Kirche bin ich, ja. Echt jetzt? Ja. Ich bin noch am Leben, aber... Dann laufen wir ja gleich in die Reihen. Achso, komm. Ist das okay? Ich laufe in die Zombiehorde und sterbe. Ach, scheiße. Da oben, ach, da oben rennen sie. Hier runter, hier runter, hier runter, hier runter. Ach, scheiße, da ist auch einer. Da geht er hin. Unten ist auch einer. Aufgerissen und zerfressen. Ja, hier, komm. Oh ja, hier ist voll. In den Pulk hinein, da hin. Auf Nimmerwiedersehen. Critical Damage. Unten ist ein Zombie, der versucht die Scheibe hinzuschlagen im Kopf. Ja. Wieso bin ich auf einmal overloaded? Das ist ein Scherz. Immer in 47 Minuten überlebt. Oha. Oh, da ist der Zombie unten gewesen. Verdammt. Was machst du Lärm, du... Barton, ey. Okay. Achtung. Da beendet sich das Spiel. Da kommt er. Da kommen die anderen beiden. Ähm. Ehm. Er tut nur da. Okay. Busch. Und? Ach ja, Achtung. Unten ist gerade einer aus dem Dings rausgegangen. Aus dem kaputten Fenster ist gerade einer rausgegangen. Der steht gerade um die Ecke. Ich block den Rücken. Irgendwas ist mit dem Buschmann. Ja. Und rein. Gut. Ich komm hinterher. Ich brauch was zu trinken. Ganz dringend. Okay. Okay. Ich trinke auch. So. Ich glaub wir sollten uns erstmal auf das Lichtigste Kontakte so wie essen oder so zum Beispiel. Ja, da sind die Häuser weiter. Da sind noch mehr da unten. Ja. Ja. Lass mich mal kurz gucken wo wir sind. Oh. Geschossen? Okay, warte. Schossen, Mann. Oh. 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 Bleib mir mal aus und weg von Fenstern. Okay. 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 Die laufen alle gerade nach Norden. Oh, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Die laufen gerade alle nach Norden. Und zum Glück sehen sie uns noch nicht. Oh Mann, ist die schnell. Oha. Da war wieder einer so verrückt und hat gesch... Oh. Ich würde mal schnell hier ins Klo gehen. Nur so by the way. Da ist das einzige, wo keine Fenster sind. Außer gerade vielleicht. Bleiben wir erstmal gestehen. Ja. Wenn du nicht mehr weiter wirst, ab ins Klo angezogen, dass ich damit gleich so eigentlich ausschließen kann. Ja. Ja. Ja, die kommen alle nach Norden gerade. Good luck. Wir sind gerade... Wir sind immer noch an der Church dran. Und die kommen gerade alle so Richtung, äh, Starting Area. Wie gesagt, bei der Church geht nicht südlich der Church. Die geht dann nüß. Haben wir gesehen. Ich hab wieder alle gebündelt. Ja. Ja, wir wollen jetzt rechts vorbei. Okay. Wollen wir weitermachen, Timay? Moment. Oh. Scheiße, an der Tür. Das ist sehr laut, ja. Irgendwo an der Tür wahrscheinlich wird's... Oh! Soll ich am Spawnpunkt auf euch warten? Nö, nö. So, und sobald dieser Ladescreen nun weg ist, leg ich auch wieder los. Ich glaub jetzt ist er down. Lass mal aus dem Fenster raus. Würde ich sagen. Oder wird's vorne. Auf jeden Fall erfährt ihr, dass da 14.000 sind auf einmal. Machen wir mal auf, ne? Okay. Machen wir die hinter die zu? Ja, da kommt er. Du bist momentan der Fighter hier, weil ich nämlich den Gausschläger nur einhändig, äh, equipt habe. Okay, dann hinten raus. Tür zu. Okay. Oh, ist leer. Ist leer? Ne, leer. Oh, ja. Die sind alle auf der anderen Strafenseite. Oha. Oh, ja. Alle auf der anderen Strafenseite. Das heißt, wir gehen hier unten lang. Lass hier runter. So, da bin ich wieder. Also da hat einer geschossen. Ja. Die sind jetzt alle, äh, mehr nach nördlich gesagt. Das heißt, unten ist es frei. Pass auf mit den Duschen. Nicht durch den Buschmann. Ich lauf nicht. Garantiert nicht frei. Ähm. Sag, wo du lang willst. Ja, wir gehen erstmal hier nach draußen lang. Okay. Hier ist zum Beispiel ein schönes Haus schon. Ja. Also irgendwann, wir müssen mal ne Achse und alles noch finden, damit wir hier langsam dann Dingsen können. Normalerweise hätten wir gleich. Da ist einer. Links. Das Haus sieht noch, ja, halbwegs aus. So, ich bin jetzt bei diesem abgebrackten Haus, wo wir vorhin waren. Findest du nicht die Base hier? Wäre ja nicht geil. Ja. Schön, schön groß. Fensters, aber da ist schon ein Fenster kaputt. Eins Fenster ist kaputt. Das ist kaputt. Zwei Fenster. Zwei Fenster. So, ich bin fast wieder bei euch, glaube ich. Mal geplündert. Also entweder ist das hier ne Base. Oder ist das alles noch okay. Hier hat niemand geplündert. Nägel. Ernsthaft? Nein. Keine Tüten, aber wo seid ihr genau? Ähm. Oh, Leiter. So, du weißt doch, wo der Farmers Market ist. Vom Farmers Market zwei Häuser weiter nach links. So nach Westen aus. Wartet mal. Ich muss jetzt erstmal die Ecke, wo wir jetzt eben waren, das findet alles voll mit Zombies. Aber das Haus hier ist eigentlich gut. Das Haus ist gut. Das Haus ist gut. Ich habe so das Gefühl, dass es von jemandem die Base ist schon. Weil hier sind ziemlich viele Fenster sind ja abgedichtet schon. Ich würde jetzt gerne auf der Karte gucken. Aber ich kann es nicht, weil hier zu viele Zombies sind. Und ich habe keine Waffe. Wie hieß das Haus, wo er gerade das Gemetzel hat? Jetzt bin ich da. Das weiß ich wieder. Okay. Dann. Warte mal. Da wo das Haus war. Da wo das Gemetzel hatten. Die Straße weiter nach Süden. Und dann ist da so ein beiges Haus. Zwei Stockwerke. Ja, da hat ein paar Zombies vor. Äh ne, das ist die Kirche. Ne, das ist die Kirche. Noch weiter südlich. Und da weiter südlich runter, da ist ein größeres Haus. Weil, ganz ehrlich, das Haus ist eigentlich ziemlich gut. Du hast sehr viel Platz und alles. Wir müssen jetzt nur eine Axt finden. Wenn wir hier anfangen. Oh, hier. Plastikbag, Fork. Jaja, da ist alles noch drin. Also hier hat niemand gelootet. Ich glaube, hier ist ein Zombie einfach drin. Obwohl da tot ist. Und jemand muss hier drin gewesen sein. Also entweder ist das die Base von jemandem. Garbagebag. Ähm, ich bin jetzt südlich der Kirche und bin ungefähr in der Ecke, wo ich die ganzen Zombies hatte. Seid ihr also doch an... Ne, weiter runter. Also nicht zur Kirche runter, sondern rechts die Straße runter. Also richtige Farmers-Markt. Wir kommen auf die Straße. Also gegenüber sind zwei Zombies, sehe ich auf der anderen Straßenseite. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich, Fabian. Äh, Chairman. Gut, gut. Achtung. Renn nicht. Da sind zwei Zombies. Oh, einen hast du gezogen. Hier, das Haus hinter uns. Ja, ich glaube, was da oben liegt. Äh, der Server lag gerade. Ah, jetzt kommt er. Komm, komm. Okay, ich würde sagen, das Haus nehmen wir hier. Wir packen hier alles rein und dann müssen wir auf die Suche machen. Warte, aber hinten sind kaputte Fenster. In dem Haus hier ist ein kaputtes Fenster. Mehr nicht. Ist da irgendwas Zeug, irgendwie Waffen drin, die ich nutzen könnte? Ja, hier ist ein Nudelholz drin. Ich habe auch deine Frying-Pans. Guck mal her, bleib hier. Ja, die Frying-Pans. Nein, du kriegst was anderes. So, seid ihr in dem Haus drin, ne? Da. Nimm die Cowbar. Ja, die nehm ich doch gerne. So, Hülle. Dann geb ich dir mal deine Tasche wieder. Raging Wookie. Welch auch immer das war. Ja, die da. Das ist heuer. Ich kann ja nicht andauernd hier. Raging. Ja, es ist... Äh, was war denn? Ist der Daffelback, ne? Ja, der Daffelback. So. Also, ähm... Das ist keine so gute Basis, Jungs. Lass uns weitersuchen. Ich bin... Das ist keine gute Basis. Dann... Äh, an Equip. Und, äh... Ich dropp den. In der Mitte. Hier hinten. Ja.